Hallo zusammen, heute tauchen wir ja gemeinsam in die Welt der Haare ein, in die Struktur und auch in deren Schutz. Immer mehr Frauen fragen ja heute nach Haaraufhellungen. Und laut Statistik hat auch aktuell jede zweite Frau eine leichte, mittlere oder starke Haaraufhellung. Für Aufhellungen bieten wir Produkte an, die dem Bleichmittel zugemischt werden können und die mit allen Bleichmitteln und allen Farbtönen kompatibel sind. Aber warum ist es eigentlich wichtig, die Haare und die Struktur während der Aufhellung zu schützen? Naja, weil Bleichmittel in Kombination mit Sauerstoff und in Verbindung mit anderen Behandlungen, die von Frauen heutzutage gewünscht werden, schädlich sein kann. Es geht also nicht nur ums Bleichen, sondern auch um zusätzliche Behandlungen, wie zum Beispiel das Glätten. Je mehr Behandlungen wir an einer Kundin durchführen, desto größer das Risiko. Und um Behandlungen und folglich das Risiko, den wir das Haar aussetzen, zu reduzieren und auch die Auswirkungen der Produkte auf das Haar zu verringern, empfehlen wir Decolor B Pro Force. Aber was ist Decolor B Pro Force? Decolor B Pro Force ist ein Zusatzstoff, der allen Farben und auch allen aufhellenden Produkten beigemischt werden kann. Also jenen Produkten, die überwiegend alkalische pH-Werte haben, um die Auswirkungen des Produktes zu reduzieren, eine bessere Elastizität zu gewährleisten und einen Teil der Metalle zu entfernen, die sich in den äußeren Haarschuppenschichten ansammeln können. Zum Beispiel durch Umweltverschmutzung, Smog oder auch durch die Verwendung von Gegenständen aus Metall, beispielsweise Glätteisen und Lockenstäben. Diese Metalle müssen abtransportiert werden, müssen entfernt werden aus den Haaren, insbesondere Kupferpolymere. Und hierfür empfehlen wir eben Decolor B Pro Force 101, das ultimative Zusatzmittel für Haarschutz. Decolor B Pro Force 101 ist ein Zusatzstoff, der mit seinem Polyphitokomplex Schwermetalle aus dem Haar entfernt, dem Haar wieder Elastizität verleiht, Schäden an der Haarstruktur vorbeugt und auch die Gleichmäßigkeit der Aufhellung fördert. Decolor B Pro Force 101 hat einen pH-Wert von 3,7 und reduziert daher die Wirkkraft des Bleichmittels nur unmerklich, bietet aber im Gegenzug dafür während des gesamten Aufhellungsprozesses ein Höchstmaß an Schutz. Aber wie wendet man Decolor B Pro Force 101 an, indem man eine genau dosierte Menge in eine Mischschale hinzugibt. Auf 30 Gramm Bleichmittel beispielsweise 8 Gramm Decolor B Pro Force. Diese Dosierung ist anwendbar, wenn das Haar natürlich ist oder gefärbt, aber es keine besonderen Schäden gibt. Wenn das Haar der Kundin hingegen bereits aufgehellt bzw. gebleicht worden ist und es jetzt noch stärker gebleicht werden soll oder man eine extreme Farbe will, sagen wir zum Beispiel einen Platinton, Grau oder einen Crazy Color, wofür man ja die Haare zunächst einmal stärker bleichen muss, um sie danach zu tönen, dann empfehlen wir unser Produkt auch direkt auf die Haare aufzutragen. Und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, denn nur dieses Produkt kann man direkt auftragen, um so eine sichere und progressive Aufhellung zu gewährleisten. Man trägt hierfür das Produkt also auf, kämmt anschließend die Haare durch, trocknet sie oder auch nicht und beginnt direkt mit dem Aufhellungsprozess. Wenn die Bedingungen hingegen extrem sind, also das Haar zum Beispiel nicht nur schon aufgehellt oder gefärbt wurde, sondern auch sehr empfindlich ist oder sogar beschädigt wurde, dann empfehlen wir das Produkt sowohl direkt anzuwenden als auch 8 Gramm pro 30 Gramm Bleichmittel in die Mischschale hinzuzugeben. So hat man einen doppelten Schutz, also eine höhere Schutzwirkung, die absolute Qualität für das Haar garantiert. Wenn man hingegen der Farbe mehr Kraft geben will oder ihre Widerstandsfähigkeit erhöhen möchte, also eine länger anhaltende Wirkung haben möchte, dann empfehlen wir 4 Gramm des Produktes auf je 60 Gramm Farbe. Dann das Ganze gleichmäßig anwenden von Ansatz bis zu den Spitzen und dabei verliert man nicht an Deckkraft und die Auswirkungen des alkalischen pH-Wertes in den Spitzen werden trotzdem reduziert und man erzielt so einen länger anhaltenden Farbton. Nach der Behandlung spült man dann einfach die Paste, also das Bleichmittel oder die Färbung aus und trägt vor der Haarwäsche mit Shampoo den Conditioner, also unseren Sealer auf, der das Gleichgewicht, die Porosität und den pH-Wert regelt. In diesem Fall sprechen wir über Decolor B Pro Force 102. Decolor B Pro Force 102 hat einen pH-Wert von 4,7 und bringt die Struktur wieder ins Gleichgewicht, verringert die Porosität des Haars, schützt es vor der Tönung und sorgt auch dafür, dass die Tönung so gleichmäßig wie möglich erfolgt. Denn man weiß ja auch, dass wenn das Pigment zu einfach in das aufgehellte Haar eindringen kann, weil es zu viele Hohlräume gibt, dass dann unerwünschte Nebenwirkungen auftreten können. Daher trupft man einfach nach dem Ausspülen des Decolor B Pro Force 101, das Haarsorgfältig mit einem Handtuch ab, trägt dann den Sealer Decolor B Pro Force 102 auf, lässt diesen 5 bis 10 Minuten einwirken, kämmt dann durch und spült erneut aus, bevor man dann das passende Shampoo verwendet. Wir empfehlen hier natürlich unser Color Method Shampoo, gerade vor einer Tönung. Nach der Haarwäsche mit Shampoo kann man dann einfach die Haare mit einem Handtuch abtrocknen, ganz oder nur ein bisschen und dann eine der hervorragenden Tönungen auftragen, die Framesi in allen verschiedenen Farblinien anbietet. Das Decolor B Konzept deckt also die gesamte Bandbreite des Sortiments an Bleichmitteln ab, die die Haare schützen und die auch sichere Ergebnisse liefern. Man kann also einfach in Rücksprache mit dem Kunden, je nach dessen Wünschen, ganz einfach das passende Haarbleichmittel auswählen. Natürlich vor der Anwendung immer in Verbindung mit Pro Force, um die Haare zu schützen. Darüber hinaus, wenn man einen besonders schönen Blondton möchte, empfehlen wir auch unser Anti-Gelbstich-System, das sowohl für die Anwendung im Salon als auch für die Pflege zu Hause geeignet ist. Fazit ist hierbei also, es sollte keine Behandlung ohne unser Decolor B durchgeführt werden, vor allem wenn es sich um eine Haarauffällung handelt. Das gilt sowohl für die direkte Anwendung auf die Haare als auch für das Beimischen in der Mischschale. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.